Oh nein! Zwei von den Dingern! Fickst euch doch! Hmmmm... Hey! Oh! Chill mal! Wer schießt auf mich? Ja... Lass mich erst mal gucken ob ich was loot kann... Hier müsste doch was versteckt sein... Hier hinter dem Jacob... Hallo, wer ist da? Was? Okay... Hier ist nichts... Zwei... Schade... Ich glaube man kann auch keine Points verschenken, weil ich hätte genug... Ich könnte welche geben... Wenn man... Die verschenken könnte... Ich habe 300 irgendwas... Was? Jakob... Hallo Jakob... Warte... Ja... Jakob... Warte mal Jakob... Ich nenne ihn nur noch Jakob... Ja... Ja... Jakob... Wie schlecht? Ich werde leben... Ich denke... Das ist Bryn... Damon, wenn Sie kommen in... Das ist Commander Shepard von der Allianz... Der Ine ist klar für jetzt... Open die Tür... Ist Jakob da? Es ist okay Bryn... mac auch... Ja genau... Wie schlecht... Aha... Schon genau%,堂 cheat... Ja genau sporadisch! Kannst du mal? Ja genau! Wer schon was... Also schab ich glory! Ja genau... Ich weiß nicht, aber sie werden wieder zurück. Sie sicher, dass du okay bist? Ja, ich gehe es weg. Ich schaffe meine Leben noch einmal, und ich werde dich wiederholen. Das ist in der Haus. Hey, Leute. Schön, dich auch zu sehen. Danke, und du auch. Shepherd, das ist Dr. Bryn Cole. Sie ist in charge hier. Sag mir, was passiert? Intel sagt, du bist Cerberus. Wir sind alle Ex-Cerberus. Wissenschaftler, meistens. Zivillen? Wir nennen uns die Flüchtlinge. Wenn wir nicht zu gehen, werden wir sterben. Warum will der Elusive man dich töten? Unsere Geschichten sind unterschiedlich, aber die Themen sind gleich. Wir beide nutzen die Informationen aus der Collektor-Base um die verschiedenen Komponenten einer größten Komponenten zu arbeiten. Nachdem jemand die Komponenten zu haben, sie verabschieden. Keine Ahnung, einfach... weg. Als wir weitergehen, wir haben angefangen, als wir uns zu schreiben, wie wir uns die Death-Wareten zu schreiben. Oh, ja. Oh, ja. Zeit, um zu evakuen. Entstanden. Wir müssen nur die A.A. gunnen auf der Komponenten auf der Komponenten auf der Komponenten. Cerberus ist sie irgendwie. Mit diesen Komponenten, Cerberus wird nur unsere Schattel aus dem Meer. Vielleicht wird die Netzwerk-Link. Ich werde die Netzwerk-Link. Ich werde dich nach unten sehen. Jacob, du musst das Wunnen sehen. Ich bin gut. Ich meine, ich werde. Kommander, ich muss mich sehen. Ähm. Ah, ich wusste es. Wenn ich sie finden soll, heißt es, hier gibt es irgendwie was. Loot und was ist das? Datenpad. Private Nachricht von Horace an Brynn. Brynn, das gefällt mir nicht. Ich konnte einen Blick auf die Forschung der anderen werfen. Und mir bietet sich ein Blick auf das Gesamtbild, der alles übersteigt, was wir uns je hätten vorstellen können. Nicht in unseren schlimmsten Albträumen. Ich werde anfangen, meine Arbeit selbst zu sabotieren. So schlimm ist es. Wir müssen so schnell wie möglich darüber reden. H-Punkt. Zum Glück hat er nicht mit G-Punkt unterschrieben. Ich habe die Dinge, keine Menschheit zu tun. Und da bin ich. Mit Blut in meinen Händen, Blut, ich kann niemals wegwerfen. Der Elusive Mann, der nicht interessiert. Er sagte, unser Ziel ist größer als ein Vergnügen, das er zu erzielen. Das ist das, was passiert, wenn du mit dem Devil schlägst. Ich glaube, der Elusive Mann, nicht nur, dass du resignierst? Okay. Well, like most things the illusive man touches, my work became corrupted by decrees. Suffice it to say, things didn't end well. Wahrscheinlich wollte der Geth mit Menschen kombinieren und dann kontrollieren. How did it go wrong? Serendipity, I'm afraid. The Geth were unresponsive to my attempts to communicate with them, until my younger brother David made a breakthrough. He was an autistic savant, a mathematical genius. In no time he'd mastered the Geth language and was communicating with them. You're saying he could speak directly with the Geth? It was rudimentary at first, so I decided to take the next step. Tap David straight into their network. It was sensory overload. No mind, even a savant, could process the barrage information. It drove him insane. Boah. Did David volunteer for this? The illusive man kept pushing for results. I was eager to please him. It seemed harmless at first. Has he forced your brother to do that? It was a nightmare, I relive every night. He went berserk. His mind became a computer virus that infected all our systems. He killed dozens of lab personnel. We finally had to detonate nuclear weapons over the base to stop the havoc. That's all, Doctor. I appreciate your help getting us out of here, Commander. What do we have here? Waffen-Mod-Station. What do we have here? Loot. Don't be a jerk. There are only two of those guys. It'll take me a minute. What's the way? What's the way? Oh, what are you? 50 experience points. Find Brynn. Let's see. Are you Brynn? Yes. Plus research assistants. How did you maintain secrecy with that many? When you fear for your life, there's a lot you can do. Brynn, I can't possibly dismantle the genetic amplification components in time. I'm sorry, Doctor Boehner. It's important work, but right now you need to tend to your family. Wait, there are families here? Children? That just upped the ante. So those refugees brought everyone with them? Yes. We have about 17 kids here. Partners, spouses, parents. I promised these people refuge. A new life free from Cerberus. I just never imagined the elusive man with- That's what evil counts on. But it's hard for good people to imagine. Okay. Everyone left gets out of here alive. This escape will have to be carefully executed. I'd hoped. We tried so hard to make sure it wouldn't come to this. What's the news? Can't tell. Only know I can't fix it from here. I'm going to the roof. Cerberus landed a shuttle there a couple of minutes ago. You in? Jacob, you're injured. I'll fix the guns. No way. These are my people. I'm going. Just because you survived one suicide mission doesn't mean you get two. Fine. But I'm gonna talk you through it from here. Cerberus is probably jamming the satellite link. Radio me when you've found the controls and I'll give you the override code. Well, let's go. Well, let's go. I'll do the mission to the end and then I'll come back to you to the stream. But the mission I want to... Dr. Cole. Got a moment? Of course. Oh. What kind of work did you do for Cerberus? Until the Illusive Man became preoccupied with the collectors, I worked in physics. It was a researcher's paradise. I had access to cutting edge tech and all the personnel I needed. The Illusive Man spared no expense for technical perfection. That technical perfection has almost killed me a few times. It also saved your life. Strange to think about, I would imagine. Maybe. But then, life is full of uncomfortable ironies. Isn't everyone's? Mm-hmm. So, what's this work of yours that Cerberus wants so badly? It's based on tech gathered from the collectors. In essence, it involves dissecting Reaper to collective communications. Dr. Horace Armstrong and I were working on a practical human application. An implant of sorts. Once he'd completed his component and moved on to less valuable work, he disappeared. How'd you get away? I was a loyal senior employee. There's a lot of freedom in that. When our fourth colleague disappeared, we organized and were out the door in days. And until now, Cerberus never suspected you were hiding right under their noses. We honestly thought we had it all figured out. It's humbling. Okay. Thanks, Dr. Cole. I'll let you get on with the packing. Thank you again for everything you're doing for us. Gerne. Was bist du denn? Gib mir das Datenpad. Hä? Ah, ja. Geld. Und das? Persönliche Logs, Bryn Cole. Wir konnten mit Jacobs Hilfe bestätigen, dass mehrere unserer Kollegen in Wirklichkeit ermordet wurden. Vertrag aufgehoben, heißt das bei Cerberus. Makeda, Scott, Daniel, Chunghae, Annika und viele andere, von denen ich nicht einmal wusste. Sie alle sind fort. Ne, sie sind alle fort. Spurlos, verschwunden. Einfach so. Wir hätten früher gehen sollen. Ich weiß gar nicht, warum wir so lange gewartet haben. Und ich erinnere mich nicht daran, was so wichtig schien, auch nur einen Tag länger zu bleiben. Was habe ich mir nur dabei gedacht? Ja. Der Herr weiß meine Mama ja. Und so. Ich bin hier. Ja. Schön. Aber hier ist noch ein Pad. Persönliche Logs, Dermini Sengupta. In Erinnerung. Wir versuchen herauszufinden, wofür das Endprodukt unserer Forschung eigentlich gedacht war. Es ist zwar offensichtlich, dass das Übertragungssystem neurologische Anwendungen bei Implantaten erfüllen sollte, aber viele Fragen sind nach wie vor unverantwortet. Insbesondere der Verlust von Dr. Horace Armstrong behindert unsere Bemühungen, die Ziele des Unbekannten zu rekonstruieren. Wir haben mehrere Teile eines Ganzen, die beängstigende Schlussfolgerungen nahe legen. Aber wir sind weit davon entfernt, dieses Ganze genauer erfassen zu können. Und das macht mir am meisten Angst. Oh, was liegt denn da? Hör damit. Ich bin hier. Ja, hast du schon gesagt. Chill mal. Wenn ich gelootet habe, rede ich mit dir. Mach dir keine Sorgen. Da lag noch Geld. Hier ist es noch Erfahrungspunkte. Und hier ist noch ein Pad. Außenpostenbericht Jacob Taylor. Außenposten zu 48% betriebsbereit. Wir haben einige Lagerräume um den Zentralgern zu Unterkünften umfunktioniert, um Energie zu sparen. Die äußeren Bereiche sind alle stillgelegt, was uns eine Pufferzone geben müsste, falls Serverless Agenten uns aufspüren. Die Geschütze funktionieren, aber ich weiß nicht, wie gut sie geschützt sind. Ich werde versuchen, auf dem Schwarzmarkt Schilde dafür zu finden. War wohl zu spät. Okay, Jacob, was möchtest du denn? Hey, bist du okay? Wie bist du? Gib uns einen Moment. Das ist verrückt. Ich glaub nicht, dass ich dich wiedersehen kann. Ich weiß das Gefühl. Wie bist du für eine Gunde? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, dass ich nicht mehr so gut für die Leute, die ich mich interessieren kann. Es ist nichts wichtiger als ein Weg zu finden, um die Reapers zu schützen. Es sind wichtig. Sie sind Ideal. Sie sind Wissen. Sie sind Wissen. Sie müssen sie für sie kämpfen. Ich weiß es nicht. Es ist ein Verzicht auf deine Werte. Ich nehme das als ein Wissen. Ich weiß es nicht. Kein. Es ist nur... Wenn es unsere letzten Tage gibt, ich will sie schützen diesen Menschen. Wir bauen ein Leben. Whatever was left of it. Anything on Cerberus I should know about? The man became obsessed with indoctrination. I know that. Never wonder how it all went wrong? I mean, was I blind? I remember him being an idealist. How come I couldn't see the evil? Don't beat yourself up. And if you ever get that crystal ball working, give me a heads up, because I'd love to know how this all plays out. Right. Yeah. What's the story, Jacob? Why are you working at a place like this? After we got back? Well, things look different when you come back from a suicide mission alive. So I quit Cerberus. I quit everything. And sat by the Mediterranean for a while. That's when I lost track of you. And what did all the fresh air and meditation teach you? That what I choose to fight for better mean something to me. That it comes from the heart. We could sure use you. It's real tempting, Shepard, but I like where I'm at. I'm important to these people. I want a life. I want a family. Sure. I get that. No, Shepard. The Normandies is your real love. It doesn't mean I don't want to say to hell with it sometimes. But you won't. You can't. I should focus on getting these people out of here. Okay. Let's get to it. Okay. Uh, what now? Uh, what now? Satelliten console, how do I get up? Uh. 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 Okay Edge badge Okay, da sind die nächsten Ah, da ist aber noch Loot Was? Ballet ihr schon? Hallo, warte Domi Wartet bevor ihr da lang geht, hier nochmal gucken Ich hab sie auf sie bezin, okay Ich hab sie auf sie bezin, okay Headshot Headshot Die Frage ist, wie komme ich da hoch? Ich übersehe doch irgendwas Ah Ich bin viel besser Du guckst in die falsche Richtung Zuhause Geht Wachst Fnix Wachst 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 Wo? Ah. Oh oh. Okay, mit einer Sniper. Okay, warte, warte, warte. Ah, krieg ich nicht hin. Mit nicht guter, guter Schutzufuhr. Oh oh. Oh, der ist schon tot. Okay. Ich habe keine Ahnung wie ich den kriegen soll, um ehrlich zu sein. Okay. Da komme ich aber nicht hoch, da komme ich hoch. Okay. 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 Achso. Von hier komme ich drüber. Okay. Give me the other gun. Okay. Oh, Ashley. Ashley. You do the repairs. On it. Stay focused Leora, just you and me. Okay. You bet, Shepard. Okay. Okay. Ich muss mal was testen Ich muss mal was testen Sonst auch irgendwer ohne Ticket? Ich will das Geschütz nicht verlassen Oder kommen keine mehr? Was soll ich jetzt machen? Ist da noch irgendwer? Nein, ich habe nichts mehr zu tun Ich weiß nicht was zu tun Das ist nicht Ich weiß nicht Ashley, bist du da bald fertig? Da komme ich nicht hin Ist hier noch irgendwer, der irgendwie festgebackt ist oder so? Ich habe nichts mehr zu tun Bin ich irgendwie zu blöd? Na ich glaube es ist das irgendwie ein Bug Das kann doch nicht so lange dauern Ohne Gegner, ohne irgendwas Okay Ich lade mal neu Ach ja Oh, vor 6 Minuten mal gucken Wie weit ich da war Okay Dann machst du diesmal Liara Liara Ich muss dich fixen die Fächer Du hast es Ready, Ash? Just du und ich Du bist, Shepard Ich versuchze Kannst du dir wissen Du bist deine Zeit Vielleicht kannst du es Getausch Ja Das ist Du bist Ich werde brauchst Du bist hat sie was gesagt das hätte sie auch nur selber machen können okay the guns are already picking Cerberus ships out of the sky where are we at on track first shuttle is already loaded with everyone under 16 commander when should we leave what's our best chance for survival jacob what do you think are we ready almost we could go now there's no do-overs here agreed we get one shot and we don't want to leave anything behind that could strengthen the elusive man's cause your call all right let's get these shuttles in the air have the guns punch a hole in the perimeter then launch shuttle one all right everyone here head to the shuttle bay oh oh i thought this was already wo sich die tue hier ok nicht hier runter vielleicht hier die tür okay let's get these people out of here here we go kämpfe ich hier ganz alleine? wo sind liara und so? na toll ok Untertitelung des ZDF, 2020 Und diese blöden Schildgeneratoren erstmal wegmachen. Und jetzt kriege ich auch Hilfe. Vielen Dank. Irgendwer schießt hier ganz schön heftig. Achso, du bist es. Ah, super. Ja, laufe mir in den Schuss. Genau. Oh, no. Alter, wie haben die denn? Okay, wir unteren. Painter, die ausgenommen sind rechtlich, aber ich bin es entfernt. Okay, wir sind oben. Oh, so hoch. Oh! Du auch, Jacob. Ich brauche dich. Natürlich. Aber ich würde mich nicht mit diesen Leuten interessieren. Dann halten sie sicher. Die Allianz braucht diesen Crucible. Du hast es. Alles klar. Applaus an Admiral Hackett für deine Anwendung. Du weißt, Commander? Ich habe nie jemanden wie du. Ich fühle mich besser, dass du auf unserer Seite bist. Danke. Shepard, wenn das Ende ist, trinken Sie auf mir. Hey, be safe out there. Hackett hier. Ich sende dir eine große Team von Wissenschaften. Ich habe das Dossier. Sie sind alle Serverist-Effektoren. Keep sie sicher. Wir tun, und ich werde sie direkt arbeiten auf der Crucible. Jacob Taylor ist mit ihnen und ist bereits arbeiten, um ein Ort für die Familien zu finden. Es wäre ein wertvolles Asset, auch. Na gut. Dr. Cole aus dem elusiven Mann ist ein Kuh. Sie haben sie auf unserer Seite, könnte für uns ein großer Wunsch sein. Je mehr wir das Crucible haben, desto besser fühle ich mich. Ich bin mit dir. Shepard aus. Wir bauen alle was, was sie überhaupt nicht verstehen, was es sein soll. Und ja, naja, egal. Verzweifelte Zeiten erfordern verzweifelte Zeiten. Gut. Aber ich mache hier Schluss. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen und hoffe, alle hatten Spaß. Ich mache hier einen neuen Spielstand erstellen. Ja, also gute Nacht schon mal und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.